Was ist grün und sitzt auf dem Klo? Und Kaktus mit freundliche Grüße, Lukas. Super Intro, Lukas, Zitate, danke dir. So Leute, willkommen zu einem ganz besonderen Video mit Reef. Hallo! Und Maxi! Hi! Was ist das bitte für eine geile Kombination? Irgendwie gute Skins haben wir einfach. Ja, es passt voll, ne? Ist richtig cute, ey. Ja, ist richtig süß aus. Und deswegen werden wir jetzt... Spielen wir zusammen? Ja, wir spielen zusammen. Wir wollen uns nicht töten, weil Maxi hat einfach zu viele Stunden. Wie viele Stunden hast du? 190? Nein, 119. Also ich habe jetzt eingestellt, dass wir gegeneinander sind. Nein, ernsthaft? Dann, Gnu, weißt du, was wir zu tun haben? Ja, let's go. Ihr schafft es nicht, weil ich so grün. Leute? Wait, warum geht ihr auf mich? Los, Reef, los! Nein! Reef, der ist so... Oh mein Gott, nein, 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 nein. Reef, wir kommen wieder raus. Ihr wollt euch mit mir anlegen, ja? Ihr wollt euch mit mir anlegen. Geh runter! Komm auf mein Rücken, komm auf mein Rücken! Oh nein, komm! Ich habe gewonnen! Ohne Grund? Oh mein Gott, ey. Okay, warte, wir machen nichts. Ich will nur mal touchen. Genau, auf links und rechts kannst du grabben. Okay, komm, schmeiß ihn runter. So, schmeiß ihn runter. Komm, 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 komm! Alter, ich mach mal kauf! Oh, Mann! Mann! Das gibt's doch nicht! Kennt ihr das Level? Nein. Ja. Hier kommen Würstchen von oben. Man muss nur aufpassen, dass man nicht getroffen wird. Ja, das ist Kackwürstchen genug. Das ist ganz eklig. Du hast eine Wurst aus meinem Kopf, das kommt mir aber bekannt vor. Oh, oh, oh! Ich rieche dich fest! Ich rette dich! Stopp! Ihr rettet mich nicht! Ihr rettet mich nicht! Oh, oh! Okay, ich wollte dich doch nur auf den Arm. Oh mein Gott, wie lange die ist! Oh nein! Rief, rette Rief! Rette Rief, siehst du da lieb! Oh nein! Nein, warte! Oh Gott, ey! Nein! Gnu, Hilfe! Nein! Warte, nein! Nein! Warte! Oh nein, wir werden zerquetscht! Warte, ich helfe dir! Oh, das ist so arm! Ah! Meine Hufen! Meine Hufen! Ja, okay, ich hab dich! Ah! Nein! Nein! Ich glaube, wir sterben, Gnu! Rief, save uns! Ich bin schon lange tot! Oh nein! Jetzt raus! Du schreckt dein Po hoch, Gnu! Ich kann nicht wie! Ja, du hast es gleich! Oh nein! Wir entwärmen! Ich lebe noch! Oh, das Feuerlevel! Ich mach nen Assassinenangriff! Wir können Kisten ins Feuer werfen! Kisten? Ich schau vor, da sind keine Babys drin einfach! Wir werfen die Babys ins Feuer! Zack! Boah, Alter! Wir waren keine... Was ist denn tierlos? Das ist sogar mir zu hart, ey! Wo ist denn Rief da eigentlich hin? Man kann hier so einen Affen... Wie kann man sich nochmal bücken? So? Ja, genau so! Und dann... Und dann... Und dann so... Nein! Hier, nimm sie! Nein! Hier! Ich hab ein Geschenk für dich genug! Ja, ungefähr! Das ist ne wilde Katze! Ja, warte! Warte! Wie dreist! Wie dreist! Wie dreist! Oh, ich hau ab! Ich hau ab wieder! Oh mein Gott! Schaut euch an, wie gut ich Breakdance war! Echt, Mann! Voll die Windmill! Geil! Ich kill jetzt Maxi! Okay, komm! Wir bringen Maxi um! Ich wollte Maxi braten! Ja! Viel Spaß! Lass sie mal hier auf die... Ich mach mal nichts! Mal gucken, ob ihr es schafft! Okay, warte! Oh, Luke! Warte! Hey, du darfst dich nicht festhalten! Lass los! Warte! Ich komm mit! Ich sag's ja! Ich will nicht sterben! Nein! Oh, du Schwein! Maxi! Wir sind so schlecht, Clou! Wir sind so bad! Wie kann das denn passieren? Weißt du, Reefd? Bevor wir Maxi töten können, müssen wir von ihm lernen. Maxi, stell mal ein, dass wir zusammen gegen Gegner spielen. Und danach, wenn wir stark genug sind, werden wir dich umbringen. Okay, okay. Watch me whip! Watch me nae nae! Just watch me whip! Watch me whip! Whip! Watch me nae nae! Watch me nae nae! Seid ihr noch... Seid ihr draußen? Wir sind drin! Ey, dann können wir Maxi jetzt umbringen! Boom! Ich wollte nämlich das Level starten, ihr seid bei mir jetzt in der Lobby gerade. Wir haben Easy-Geg nicht gewonnen, jetzt wo du nicht dabei warst. Ja. Es sind alle rot. Maxi, geht los! Ja, wir sind eine Farbe, weil wir ein Team sind jetzt. Okay, Maxi, hau mal raus mit deinen Tipps. Da kommen jetzt gerade Gegner. Okay. Die müssen die fertig machen. Mein Gott, das ist ja Trump. Die dürfte aber nicht sterben, ne? Das ist ja Trump. Ja, korrekt. Das sind keine Trumps. Oh mein Gott. Ich werf mal einen runter. Okay, warte. Oh, ich bin bewusstlos. Ihr müsst zuhauen und dann müsst ihr die greifen, hochheben und runterwerfen. Wie schlägst du? Wie schlägst du? Mau, mit rechts und links, ey. Guck mal, wie ich gemacht hab. Holy shit, ey. Das sind richtig umgebracht. Werden die auch immer stärker? Oh, Cham! Oha, Reef, Cham! Lockdown. Machst du ja komplett kaputt. So richtige Massenschlägerei hier. Richtig aufs Maul aus. Ja, Reef, das ist ein Kind, was du gerade haust, ne? Oh mein Gott. Reef, das ist ein Kind. Ja, genau deswegen. Genau deswegen. Genau deswegen aufs Maul. Gnu, hau drauf! Zwei hab ich genockt. Zwei hab ich runtergeworfen. Oh, kommst du wieder, Maxi? Hallo! Ja! Es muss also nur einer von uns... Oh mein Gott! Wer kommt denn da? Trimax! Brasilien. Die sind aber ganz schön groß. Das ist wirklich Trimax! Ich hab einen Polizisten. Okay. So, komm, boxe mir. Ich weiß nicht, wie ich schaff den alleine... Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie ich schaff den alleine runterzuwerfen. Es hat einen Boxen, das ist Trimax. Boah, Alter, ey. Der hat mir richtig einen reingehauen, ey. Ich helf dir. Boah, ey. Oh, sehr gut, Maxi. So, jetzt auf Trimax. Let's go, zu dritt. Ja. Reef noch mal schön auf die Fresse hauen. Auf den Boden. So. Jetzt hebe ihn runter. Oh nein! Nein! Maxi! Ich helf dir, ja. Mit deinem Kopf hast du gemacht. Wie geht das denn? Oh, geil. Mit Füßen kann ich auch. Guck mal, kein Füßchen. Süß. Ja, wie geht das denn mit dem Kopf? Ja, das kann ich euch ja nicht sagen. Ich will mit Maustasse zu. Ich weiß es nicht. So. Okay. Er ist auf die Fresse hauen, ey. Weg mit dir. Geil. Ich glaube, ich war auch mindestens einmal geradeaus... Ja, da habe ich auswärts in Gnu geschlagen. Ist okay. Oh nein! Oh nein, Maxi. Ich muss mal den Fuß weg. Das war denn das? Oh nein. Hilfe. Ihr müsst das jetzt ohne mich schaffen, ne? Ja, das schaffen wir. Der in Lila kann richtig doll zuhauen, ne? Ich wollte es immer gesagt haben. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Die vergehen sich an mir. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich mache einen Spagat. Gnu ist an der Kante. Die kämpft an der Kante. Jetzt Gnu. Gnu. Komm schon. Hau gegen. Ja! Gnu hat ihn. Okay, nice. So, let's go. Jetzt hauen wir den aufs Maul. Komm her, du schwein. Der Lila ist der Stärkste, glaube ich. So, okay, okay. Ich nehme den Kleinen schon mal. Oh yes! So, warte. Warte, ich mache den Kleinen Platz. So, komm her. Hochheben. Nope. Oh, oh. Nein! Nein! Oh mein Gott, nein! Oh nein, du bist alleine. Oh nein, oh nein! You got this! Okay, jetzt bin ich gespannt. Oh Gott! Dieses epische Eins gegen Eins. Hilfe! Oh nein. Oh nein. Was ist nein? Oh nein! Oh mein Gott! Wir müssen noch besser lernen, wie wir die graben und dann auch werfen. Was ist gang? So, lass mal gang probieren, wenn du magst. I guess, ihr seid wohl beide gegen mich. Ich bin verwirrt. Wir müssen einfach nur surviven, oder? Ich glaube, wir müssen einfach gegen mich gewinnen. Ich kann nicht schwimmen, ich kann nicht schwimmen. Ich nehme die andere Seite. Komm, wir kesseln hinein. Ja, ich bin aber auch verbohlen. Das ist doch egal. Ich komme. Ah! 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 Nein! Ich habe Angst. Wie springt man denn? Äh, Letters... Ah, ich gucke dir zu, wie du stirbst. Ich setze mich hier hin. Nein! Das machst du, du. Das machst du. Ich bin gesteuert. Ja! Das macht mir das einfach nicht, du. Es sind beide ja drum. Oh nein, nochmal. Das kann er wohl nicht angehen. Okay, Gnu, wir hauen richtig auf den einfach drauf. Ja, kommt doch her. Okay, aber wir müssen erst mal so nett sagen, hey Maxi, voll schön, dich zu sehen. Maxi, komm mal umarmen. Ja, Maxi, 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 komm, lass dich mal umarmen, hey. Oh, Maxi, hey. Maxi, der wird uns schon beten. Kommt doch. Schau mal, was für ein kleines Schein ist. Siehst du das? Hast du das gesehen, was der gemacht hat? Ah! Ich bin abgerutscht. Geil, wir haben gewonnen. Gewalt ist keine Lösung, ne? Ich wollte es immer gesagt haben. Maxi! Ich will mich nicht wehren. Okay, jemand gegen mich? Kein Problem. Oh, ich hab Gnu genuckt. Ich hab Gnu genuckt, Schatz, Maxi. Schau mal, Gnu, lehrterste, lehrterste, lehrterste. Und shift, lehrterstum, shift, 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 shift. Ah, nein, Gnu. Du sagst, ich mach ihm Platz. Töt ihn. Oha, nein, nein, wie du die Katze da runterschmeißt. Oh, nein, 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 nein. Po hoch. Und Po hoch. Oh, der Gewinner. Voll arm. Ja, wir können nichts machen gegen Maxi. Was soll man machen? Aha. Das ist ein cooles Level. Ich will auf den coolen Dings. Oh, nein. Jetzt mal ehrlich. Loser. Wie kommt man hoch? Loser. Ich zieh mich hoch. Dann. Oh, Mann. Ich hab hier... Ja, wir haben... Ja. Rie, da, du. Rie, ich hab den Eier gegründet. Ich bekam hoch. Oh, nein, ich hab... Ja. Ja, geil. Mit... Grapp. Richtig, Tassi, du hast sie betäubt. Richtig an die Balls gegrappt, ey. So richtig die kleine Hand zugegriffen. Ah, wieso haust du mich jetzt? Ich hab gar nicht gemacht. Ich hab gar nicht gemacht. Ich hab gar nicht gemacht. Nein, nein, nein. Tati, nein. Nein, hilf mir. Bring ihn auf. Ja. Ich geh nicht. Holy shit. Oh, mein Gott. Richtig. Oh, mein Gott. Holy moly. Was ist denn das für eine... Oh, nein. Oh, nein. Du da einfach curvejumpst. Kannst du da auch in den Käfig rein? Ja. Aber jetzt gerade wird's ein bisschen schwer. Ich... Oh, wie viel Lein. Nein, liebe... Ich... 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 Nicht gut. Ich... 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 Oh, oh. Oh, oh. Oh, no. Ich bin in Wasser. Ja, lass ihn runter. Sehr gut. Ich werde's gegessen von Hein. Zieh mich hoch, Turny. Zieh mich hoch. Lauf, 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 lauf. Oh, mein Gott, lauf. Er ist so richtig edelig. Ich bin unter Wasser. Oh, mein Gott. Ich... Ja, aber ich werde gegessen. Ich bin im Mund von einem Hai. Ich bin im Mund von einem Hai. Boah, wie lange hast du das überlebt, Maxi, ey? Können wir eigentlich diesen Kakae mal umbringen? Geht das? Kann man den schlagen? Lauf, 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 lauf. Oh mein Gott, lauf, 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 lauf. Warte, schlag ihn, schlag ihn. Scheiße, nein. Oh mein Gott, nein. Nein. Lass sie los. Wurde die Hilfe? Lass sie los. Lass sie los. Oh nein. Nein, das ist so Gnu. Also ich sag mal so, wir haben Reef gerettet, Gnu. Da sind so viele Haare drin, Gnu hilft dir. Warte, wir haken, 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 haken. Ich halte mich unten, das passt. Ich bin da, ich bin da. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich kann mich nicht mehr halten. Oh. Guck mich der Nieger zu schlagen. Oh mein Gott. Das war so brutal. Gnu, soll ich dir mal einen Tipp sagen? Ja. Wenn man die Länge auf dem Schiff überlebt, dann fängt das Schiff an unterzugehen. Oh. Wie die Titanic. Geil. Dann lass mal hochgehen, dann kriegen wir uns die Halle nicht. Ich komm selber nicht. Jetzt komm auch hier. Nicht da unten festhalten, Gnu. Wieso hältst du unten fest? Ich hab doch gar nicht gemacht. Gib die nicht mit der Hand. Mach der Kopf zu mir. Mach der Kopf zu mir. Oh. Gnu, mach der Kopf hierher. Oh. Das ist grausig. Das ist so grausig. Zieh mich da nicht rein. Komm der, komm der. Geh zu Reef. Geh zu Reef, Gnu. Jetzt hab ich die. Die. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Was soll das eigentlich hier? Verpisst euch mal. Ich soll es schaffen, es nicht hier hoch zu gehen. Das Boot geht unter. Ja. Nimm mal den Arm. Nimm mal den Arm. Komm, du springst wie ein Fisch, der gerade aus dem Wasser kommt. Jetzt? Jetzt? Ah. Jetzt hat es Reef doch mit ihm. Ich hab die ganze Zeit aus dem Maxi. Ey, das kann doch nicht wahr sein, ey. Greif mal. Oh, oh. Ah, ich rutsche. Oh nein. Ich geh, nee, ich geh in die Ecke hier oben. Komm mit, alle in die Ecke oben. Kommst du, du, Jack? Nein, ich muss die Fisch springen. Lass mich. What? 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Rüber, kletter hoch genug. Genau so. Oh Gott. Oh nein, nein. Hilfe, schwirg sich die Tarnik. Nicht gut. Das ist ja wirklich grausam. Komm. Oh Gott. Nein, ich schwimme. Oh Gott, nein. Nein. Genug alles gut? Nein, ich bin tot. Mein Kampf wird. Kämpfe, Toni. Wir haben es noch. Naja, also. Also irgendwie bin ich halt schon oben. Ich bin tot. Ja, Reefis. Aber Leute, ich würde sagen, wir haben eine Menge gelernt in dieser Folge. Mein heiß ist schon weh vom Schreien. Checkt gerne Reef und Maxi ab, beide unten in der Beschreibung. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Sehr gerne. Und wir haben auch für Maxi was aufgenommen. Und für Reefi bestimmt auch irgendwie. Deswegen schaut da gerne vorbei. Und jetzt hör auf, mich umzubringen. Lerne schwimmen, mein Kind. Lerne schwimmen. Du wärst dein guter Vater.